Herzlich Willkommen zur Yoga-Einheit, hier im Eisdaffel. Ich bin Marissa und ich freue mich heute darauf, mit euch Yoga praktizieren zu dürfen. Ich hoffe, ihr werdet die Stunde, die paar Minuten Yoga genießen, euch darauf einlassen und die Zeit für euch nutzen, ganz für euch anzukommen. Wenn es in Yoga heute ein bisschen anstrengender für dich werden könnte, überansprüche dich nicht, sondern geh nur so weit, wie es für dich angenehm ist. Natürlich darfst du dich dabei auch ein bisschen fordern, aber überfordere dich nicht. Dadurch, dass ich dich gerade nicht vor mir habe, kann ich dich leider nicht korrigieren. Deswegen wünsche ich mir, dass du achtsam mit dir selbst bist. Lass uns beginnen. Komm erst mal in Sitzen an, auf deiner Matte. Bewege dich vielleicht noch mal ein bisschen hin und her. Finde deinen Bequem-Sitz. Und dann fangen wir an mit dem Kreisen, mit dem Sofi-Kreisen. Vorne einatmen, hinten ausatmen. Streck dich nach vorne, mach dich weit hinten und zieh dich zusammen. Wenn du magst, schließ deine Augen und komm mit dem Kreisen ganz bei dir, hier auf der Matte. Stell dir vor, wie sich kleine Wurzeln über dein Speiss-Sitzbein in den Boden ausstrecken. Und du immer mehr auf deiner Matte im Hier und Jetzt ankommst. Kreisen deinen Rhythmus. Von einatmen, hinten aus. Beim nächsten Einatmen vorne, rotierst du zur anderen Seite. In die andere Richtung. Spür hier ganz in deinem Körper. Wo spürst du ihn und wie spürst du ihn? Spüre, wie du ganz hier ankommst. Dann lasse das Kreisen noch einmal schön breit und groß werden. Bevor du dann die Kreise kleiner werden lässt. Und deinem Geraden-Sitz ankommst. Bewege den Hals und Kopf noch einmal ein bisschen. Von rechts nach links. Ganz sanft. Achte darauf, dass deine Spür treibt. Tief und entspannt so. Gern kreist du sie noch einmal. Und dann mit der nächsten Einatmung streckst du die Hände über den Kopf. Und mit der Ausatmung kommst du zur rechten Seite in eine Seitwärmung. Machst deine linke Seite ganz auf. Gerne reibst du hier noch einmal die linke Seite an. Gerade in den Morgenstunden ist dies angenehm für dich und deinen Körper. Um ihn so ein bisschen lach werden zu lassen. Einatmen hoch zur Mitte, aus zur linken Seite. Vielleicht wirst du hier merken, dass sich die Körperhälften noch ganz unterschiedlich anfühlen. Das darf so sein und ist vollkommen in Ordnung. Schreibe auch hier deine rechte Seite noch einmal ab. Mach sie auch noch ein bisschen weicher. Schaffe Raum. Und dann komm wir ein bisschen mehr in den Flow. Einatmen hoch zur Mitte, aus nach rechts. Ein hoch, aus nach links. Ein hoch, aus rechts. Ein hoch, aus rechts. Und noch zwei. Ein Mitte, aus nach rechts. Ein zur Mitte hoch, aus nach links. Ein zur Mitte, aus nach rechts. Ein zur Mitte, aus nach links. Ein, komm hoch zur Mitte. Bewege den Kopf immer wieder zwischendurch. Entspann deinen Hals. Und dann kommen wir in die Rotation. Linke Arm zum rechten Knie. Rechte Arm hinter den Rücken. Rechte Arm hinter den Rücken. Und dann schau mal richtig durch. Ein zur Mitte. Und den Atemrücken und aus rechts. Ein zur Mitte, aus nach rechts. Ein zur Mitte hoch, aus links. Und noch einmal auf links. Ein, streck dich. Aus, komm tief in die Rotation zur rechten Seite. Ein zur Mitte. Ein zur Mitte, aus nach links. Und dann komm ein bisschen in die Brust öffnen. Und dann komm ein bisschen in die Brust öffnen. Indem du die Ellbogen ein bisschen nach hinten ziehst und dein Brustkorb ein bisschen nach vorne öffnest. Und mit der Ausdaten kommst du dann nach hinten in eine Runde. Und ein bisschen in den Flow. Einatmen, die Brust nach vorne und mach die Brust ganz weit. Aus, zieh dich zusammen. Ein, mach dich weit. Aus, zieh dich zusammen. Ein, mach dich weit. Aus, zieh dich zusammen. Ein, und leg die Hände ganz sanfter. Spüre einmal kurz nach. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Jetzt haben wir schon die wichtigsten Bewegungen. Und Richtung Körperregion angesprochen. Und dann kommen wir weiter in den Vierfüßlerstand. Achte darauf, dass dein Lücken in einer geraden, neutralen Position ist. Und du nicht ins Hohlkreuz ablängst. Auch wenn wir jetzt in die Kerze-Kuh kommen. Also einatmen. Schulterbrüder sinken. Ausatmen. Zieh dich zusammen. Mach einen ganz großen Kerzenboden. Einatmen. Ausatmen. Zieh dich zusammen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Zieh dich zusammen. Einatmen. Streck dich. Mach dich rein. Ausatmen. Zieh dich zusammen. Einatmen. 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 Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. 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 Ausatmen. Ausatmen. Streck dich nochmal. Druck und zu. Mach dich ganz lang. Mach dich weit. Und locker. Lösungen. Vorsichtig absetzen. Und weil wir jetzt ein wunderbarer Körper haben, haben wir zwei Hände. Verlaken das Gewicht ganz vorsichtig auf die rechte Seite. Strecke das linke Bein. Mach hinten. Der Fuß ist wieder geflex. Zieh zum Körper. Zum rechten Arm streck. Weit nach vorne. Halt dich hier. Oder die N weiter. Mit den nächsten Ausatmen. Zieh dich zusammen. Einstreck dich. Aus. Zusammen. Einstreck dich. Aus. Ein. Zieh dich ganz lang. Aus. Mach dich ganz gut. Ein. Zieh dich ganz lang. Und nochmal ganz fest in die Hunde zusammenkommen. Einstreck dich. Halt dich hier kurz. Spüre die Mittelspannung. Und absetzen. Sei da. Setze die Füße um. Die Zähne auf den Boden. Und büge dich einfach so ein bisschen nach hinten. Auf die Zähne. Dann wirst du schon mal ein ordentliches Ding in den Füßen erken. Und dann schiebst du dich ganz sachte in deinen Hupen hoch. Und kommst in den herunterschauenden Hund. Hier bewege erstmal ein bisschen deine Beine durch. Halt dich. Vielleicht öffnest du auch die Hüfte so ein bisschen ein. Um auch hier schon mal ein bisschen Schmaligkeit und Bewegung einzubringen. lachen. Und dann. Und dann mit der ersten Einatmung hin zu dem rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, den Kettfuß hinzu, häng dich hier kurz aus, mach den Kopf ganz locker und bitte einatmen, beide hoch und gerade mit dem Buch komm, ausatmen, die Seine. Und wir kommen, komm an den Anfang deiner Matte, steh gerade, steh aufrecht, achte darauf, dass deine Füße maximal hüftbereit auseinander stehen, also dass ein Fuß noch zwischen deine Füße passt. Wir kommen jetzt in ein bisschen mehr Bewegung, einatmen, steig dich nach oben, mach dich bei, wir kommen in eine rechte Rückwäume, achte darauf, dass dein Gesicht fest ist. Ausatmen, komm tief in die Vorwäume, einatmen, rechter Fuß zurück, achte darauf, dass der Fuß im rechten hinteren Mattebereich ist. Mit der nächsten einatmen, kommst du entweder Etagenweide oder ein Einzug hoch, in die Kette Nummer 1, achte darauf, dass du den Fuß selbst einwilligst, in den hinten und rechten, in den 45 Grad Regeln und kommst in die Kette Nummer 2. Einatmen, zieh weg nach vorne, ausatmen, komm zurück. Einatmen, wieder hoch in die Kette Nummer 2, ausatmen, mit dem linken Arm auf den linken Uhr, schenke, zieh die Linke mit dem rechten Uhr. Einatmen, komm zurück, nach oben. Linke Hand sitzt neben dem linken Fuß, der rechte Hand neben dem linken Fuß, linker Arm zieht nach oben, mit der Ausatmung in die Rotation. Einatmen, wieder tief, linker Fuß nach hinten, in die Planken, ausatmen, den Knie, Bruststirn absetzen. Einatmen, wieder tief, linker Fuß nach hinten, in die Knie, Bruststirn absetzen. Einatmen, wieder tief, linker Fuß nach hinten, in die Knie, Bruststirn absetzen. Einatmen, streckst das rechte Bein nach oben, ausatmen, du darfst die Luft aufdrehen und das Bein zurückziehen. Einatmen, streckst das rechte Bein wieder, ausatmen, halte. Einatmen, rechter Fuß nach vorne, dein Strömter, ausatmen, linker Fuß dazu, zieh dich zusammen. Einatmen, einatmen, hoch und gerade drücken, ausatmen, linker Seite. Wir machen gleich ein paar Variationen von unten, um in dieser kürzeren Sequenz den ganzen Körper einmal anzusprechen. Einatmen, streck dich manchmal, ausatmen, komm tief. Wenn du nicht mit den Händen auf den Boden ankommst, dann beuge die Beine gerne etwas lang, damit die Hand über den Boden. Einatmen, links Bein nach hinten strecken, ausatmen, zieh dich nach vorne. Einatmen, komm hoch, in die Krille Nummer 1, ausatmen, dreh den Fuß auf, Hüfte ist auch aufgedreht und du stehst da. Einatmen, zieh dich nach vorne, ausatmen, komm zurück. Einatmen, wieder hoch, aus, rechter Elbe hoch, kommst du mit den Oberschenken rechts, aus, zieh dich ganz fort in die Länge. Einatmen, komm hier nach vorne, den Fuß dreht rein in die Hand, links neben den rechten Fuß, ausatmen. Einatmen, du kriegst auf, einatmen, komm in den Stütz, ausatmen, knie, Brust, Stirn. Ein schönes Mal drin, meine Hände, Füße sind flach, der Puls fest, du ziehst dich aus der Kraft des Rückens nach oben. Psychologisch darfst du gerne Zwischenraten, kannst du deine Hände heben, dann bloß gehst du trotzdem. Mit dem nächsten Ausatmen, setz die Füße wieder hoch. Faust die Hände runter, schon wieder hoch. Einatmen, streck das linke Bein nach oben, zieh dich ganz weit in die Länge. Ausatmen, rotier auf. Einatmen, streck das Bein, aus, halb. Ein linker Fuß nach vorne, aus, rechter Fuß dazu, zieh dich zusammen. Und mit der Einatmen kommst du hoch, aus, bis du da bist. Einatmen, streck das linke Bein, aus und zieh dich. Einatmen, rechts nach hinten, aus, komm her, flühen mit dir. Einatmen, drier auf, hängel Nr. 2. Haut, zwei, drei. Einstick nach vorne, ausa planen, aufs in den Hol, ripe. Einatmen, drier auf, hängel Nr. 2. Aus in die Schuppe,再ogie sein, tranquil. Einatmen, rotiere die Beine und die Arme wieder aufmachen. Ausatmen, zur linken Seite aufmachen. Einatmen, Fuß zurück, links, stehen ab, lange halten. Aus viel Brust stürmen. Ausatmen, kommt zurück in die Unterscheidung. Einatmen, streck das Bein, mach dich ganz weit. Ausatmen, ruf die Hüfte auf, komm hier ein bisschen in die Hüftlexibilität, in die Hüfte. Einatmen, streck das Bein wieder. Ausatmen, einatmen, wieder nach vorne. Ausatmen, linke Fuß dazu, für dich zu hören. Einatmen, kommt hoch. Ausatmen, wieder nach vorne. Einatmen, streck dich, öffne dich zum Universum. Ausatmen, komm tief. Einatmen, linke Fuß nach hinten. Ausatmen, aus, zieh dich nach vorne. Einatmen, komm hoch, ruf, 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 ruf. Einatmen, zweifel. Einatmen, nach vorne ziehen. Ausatmen, zurück. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen. Bezieh dich hin, linke, linke Seite, ganz weit auf. Einatmen, setze die Hand in den Fuß, lege Fuß drehen. Ausatmen, rotier auf. Einatmen, rechnen, 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 komm zurück in die Planke. Halten. Ausatmen, knie, Brust stürmen. Einatmen, die Schulter nach hinten. Fuß flähen. Schön nach hinten. Ausatmen, komm nach oben, in den Unterscheidung. Schöpfe dir deinen Kopf, geh noch mal. Achte darauf, dass dein Nacken locker ist. Wenn du beinatmen, streckst du das rechte Bein nach hinten. Mit dem Einatmen, streckst du das linke Bein nach oben, hinten. Rotierst die Hüfte auf. Ausatmen, wieder zur Mitte. Wenn du jetzt einatmen, kommst du den Fuß nach vorne. Rechte Fuß nach hinten zu, zieh dich zusammen. Einatmen, komm zurück. Ausatmen, Seite. Bleib nach vorne. Und davon machen wir noch eine letzte Runde für beide Seiten. Damit wir auch noch mal hier schön warm. Einatmen, streck dich noch nicht weiter. Öffentlich. Ausatmen, komm tief her. Einatmen, rechter Fuß nach hinten. Ausatmen, zieh dich in die Linie. Einatmen, komm hoch, in die Linie. Nummer eins. Ausatmen, rotier auf. Vier, zwei. Einatmen, zieh dich wieder vor. Ausatmen, komm zurück. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, in die Seite. Du kommst. Einatmen, komm zurück. Einatmen, rechten Fuß nach hinten. Lege, 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 lege. Lege, lege, lege. Rechter Fuß, lege, lege. Ausatmen, in die Seite. Öffnen, nach links nach oben. Einatmen, lege, lege. Lege, lege, lege. Ausatmen, Kinnig, Brust, Stirn. Einatmen, gut. Ausatmen in den Händen, ein rechter Bein nach oben, drei Beinen kommt, ausatmen, rotier auf, einatmen, streck das Bein wieder, ausatmen, halte, einatmen, rechter Fuß nach vorne, ausatmen, linker Fuß nach vorne, ausatmen, linker Fuß nach vorne, einatmen, streck das Bein, ausatmen, komm tief in die Vorhine, einatmen, linker Fuß nach hinten, ausatmen, zieh nach vorne, einatmen, komm hoch in die Klinge Nr. 1, ausatmen, dreh auf, seit Klinge Nr. 2, einatmen, zieh nach vorne, ausatmen, komm zurück, einatmen, Klinge Nr. 2, ausatmen, linker Seite öffnen, einatmen, einatmen, linker Hand, linken, rechter Fuß, die Hüfte der Füße links, drehen wieder ein, ausatmen, in Seitposition, einatmen, rechter Hand, rechter Fuß nach vorne, komm zurück mit dem rechten Fuß in die Knappe, halte, ausatmen, Klinge, Brust, Stirn, einatmen, in den Kumpel, ausatmen, in den Klinge runter, schüttel dir den Kopf, noch mal aus, mach locker, und in der nächsten Einatmen streckst du das linke Bein nach oben, ausatmen, rotierst auf, einatmen, wieder zurück, Klinge Nr. 2, ausatmen, rechter Fuß hinzu, bis die Lichtsohren, einatmen, ausatmen, ausatmen, rechter Fuß hinzu, bis die Lichtsohren, einatmen, ausatmen, 2, ausatmen, und ausatmen, spüre, wie sich dein Körper wieder anfühlt, wie du jetzt rechts und links auf dem Boden stehst, wie fühlt sich dein Körper echter an, gönne dir diese kurze Pause mit Zum tief durchatmen, weil wir ankommen und wenn ich ihn einspüre. Und dann kommt der nächste Einatmung. Streck dich jetzt an, stell dich mal hoch. Zieh dich ganz nah, deine Schirrchen weg von den Ohren auslässt. Schön tief. Und dann komm in eine sanfte Seitenlage. Dann greifst du mit der linken Hand das rechte Handgelenk und ziehst dich zur linken Seite. Mach dich ganz nah. Einatmen wieder hoch. Rechte Hand greift das linke Handgelenk und ausatmen. Komm zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte. Und aus. Lass die Hand sinken. Komm jetzt ganz in deinem Rhythmus. in die liegende Position runter auf deine Matte. Nehe dich ganz entspannt hin. Herzbequem. Und gönne deinem Körper eine kurze Pause der Entspannung, nachdem er gerade so kraftvoll gearbeitet hat. Nimm deine Beine zusammen. Klappe nun bei der Hände Schamheit ein, sodass sein unterer Rhythmus vielleicht auf dem Boden liegt. Der Baucharten ist fest zur Röhrensäule gezogen. Klappe nun bei der Hände Schamheit. Und mit der nächsten Einatmung entweder mit angewinkelten Bein. Nach einer oder gleichzeitig mit der Einatmung bringst du die Beine nach unten. Und jetzt darfst du gerne noch ein bisschen ausschütteln. Wieder vertreibst du die Beine auf meinem Arsch. Weil die jetzt gerade so baumlich gearbeitet haben. Dann legst du die Handflächen wieder bewusst auf den Boden neben dem Gesäß an. Und drückst dich hoch in den nächsten Einatmung. In die Kerze. Achte darauf, dass du frei zu zupfern solltest. Jetzt nicht unter deinem Kopf liegen. Komm hoch in die Kerze. Halte. Genieße diese Umkehrstellung. Und achte darauf, dass dein Kopf sich nicht mehr bewegt. Du darfst gerne deine Hände zur Unterstützung. An deinen unteren Händen legen. Oder du lässt sie auf dem Masoch. Je nachdem. Atme tief in den Bauch hinein. Und genieße diese Umkehrstellung, wie dein Körper sich nun einmal von den Füßen entspannen kann. Das Gewicht wird umvertreibst. Und dann löst du die Hände vorsichtig vor dem Boden. Und kommst ganz sacht in die Hände. Wieder auf dem Boden. Auf dem Boden. Lassen die Füße nun einmal um. Bleiben deine Beine noch einmal um. Und dann kommst du direkt einmal in den Gerätschirm. du machst dein Etwaschenfühl in die Seite. Und noch ein bisschen Atmen. Nach dem Atmen. Einatmen, den Bein wieder schließen. Ausatmen. An den Bein. Du kannst so wieder Atmen. Bringe die Hände unter dein Körper, die Handflächen, die Ockenboden, die Hände sind unter dem Gesicht, die Ellbogen sind dicht beieinander, mit deinem Beinbein kommst du hoch, kommst in Richtung deiner Zähne, streckst den Brustkorb schön nach oben, dein Gewicht ist auf den Ellbogen, dein ganzes Gewicht aktuell tragen deinen Arm und wenn du magst, legst du den Kopf in den Nacken, wenn du es im Nacken hast, lass dich in deinen Kopf oben, achte auf dich selbst, hier kommt jetzt noch mal eine schöne Brustöffnung, das ist eine tolle Übung, auch wenn man so viel sitzt vor dem Schreibtisch, und da auch wirklich in keine gerade Haltung geht, das ist ein wunderbarer Gegenruf, Brustöffnung, Atem, geh tief in deinen Brustkorb, und mit der nächsten Brausatmung bewegst du dich ganz entspannt, Atem auf den Rücken, ziehe deine Beine, weil du darfst gerne einmal an, und schau den Bauch, massiert etwas dein schweres Kreuzbein, und drehe auch noch mal in die andere Richtung, und dann komm mir in den Kopf wie ich aufsitze, das heißt, das rechte Bein wird über das linke Bein gestreckte Knie, Du greifst die Knie, wirbst auch hier noch mal ein bisschen auf, ziehst die Knie ein bisschen in Richtung deines Bauches, dann wirst du vielleicht eine leicht über starke Dämon im rechten Gesäß merken, und wir kommen in eine letzte große Rotation, und wir bringen den Körper auf den rechten Gesäß, indem der rechte Arm neben der rechten Körperhälfte abgelehnt wird, und die Schulter liegt auf dem Boden, und die Knie kommt vorsichtig zur linken Seite. Wenn es jetzt in meiner Beinsäune schmeckt, ist das vollkommen in Ordnung, es richtet sich alles vor. Der Blick kann auch gerade nach oben bleiben, unerfolgt, der Hand nach rechts. Mit jedem Ausatmung legst du die rechte Schulter noch ein Stück tiefer. Lass los. Geh dich hin. Mit der nächsten Einatmung bringst du die Beine vorsichtig wieder zur Mitte, löst die Knie, drehst nochmal rechts und links. Und da wir so einen wundervollen Körper haben, die zwei Seiten, die gelegt werden wollen, das heißt, das linke Bein kommt über das rechte Bein, die Knie sind übereinander, und du kannst noch mal ganz sanft an den Knie ziehen, und jetzt noch eine Behnung im linken Oberschenkel, Gesäß spüren. Lege den linken Arm zur linken Seite, Schultern flach auf den Boden, und die Beine Knie kommen zur rechten Seite in eine große Oberschule. Hier werden die inneren Vangana nochmal richtig durchmassiert. Atme tief in den Bauch und mit dem Ausatmen sinkt die linke Schulter Stück für Stück tiefer. Lass los. Einatmen, holen die Knie wieder zur Mitte, löst die Knie voneinander, schaufel nochmal ein bisschen auf. Wenn du machst, streckst du die Beine nochmal, greifst dauerhaft an und ziehst die Beine nochmal ein bisschen in Richtung Oberkörper, als wenn die Füße hinterher im Kopf offen wollen. Komm hier nochmal in eine leichte, sanfte Linie, ein bisschen nach den Oberschenkel. Und dann greifst du dir bitte die Außenkanten oder die großen Zehen und bringst die Beine auseinander in eine angelegte Position ins Happy Baby. Da, passest du nochmal eine schöne Hüfte öffnen. Innenseite weg. Mach auf, mach deine Hüfte weich, schaukel ganz sanft von rechts nach links, so wie es für dich angelegt ist. Und dann bringst du die Beine vorsichtig wieder zusammen und legst sie ganz entspannt auf der Matte ab. Die Füße sind mattenbreit geöffnet. Die Zehen können nach außen fallen. Lass ganz entspannt, ganz locker los. Deine Hände mit Handflächen zeigen nach oben. Und die Arme wie etwas atmen können. Schließe nun nochmal deine Augen. Und spüre nach, wie sich dein Körper nun anfühlt. Spüre, wie deine Füße sich jetzt entspannen. Deine Knöchel und Wagen sind entspannt. Deine Knöchel und Oberschenkel lassen los, sind frei und vollkommen entspannt. Mit jeder Aussagen lässt du mehr los. Lass deinen Körper auch der Matte noch tief einsehen. Dein Becken ist entspannt. Dein unterer Rücken, Bauch, Oberrücken und Brustkorb sind frei. Spüre, wie mit jedem Atemzug frische Energie, Licht und Liebe in dich hineinspringt. Deine Schultern lassen los und sie sind ganz entspannt. Jeder Muskel in deinem Körper, der jetzt noch irgendwo festhält, lässt locken. Deine Arme und Hände sind entspannt. Dein Nacken, Hals frei und entspannt. Dein Gesicht ist vollkommen locker. Deine Gesichtshaut und Kopfhaut entspannt. Atme noch mal tief ein und tief aus durch die Wände. Lass los. Tief ein. Aus. Lass los. Tief ein, lass los. Spüre, wie dein Körper ganz lang mit frischer Energie versorgt wird. Mein ganzer Körper ist entspannt. Dein ganzer Körper ist leicht. Und dann bringe langsam wieder Bewegung in deine Finger, in deine Füße, in deine Arme und Beine und komm in deinem Rhythmus wieder hier bei dir auf der Matte an. Komm entweder über die Seite oder du musst schwingen ganz fruchtig in den Sitz. Sei da, lass gern für einen Moment noch die Augen geschlossen. Spüre deinen Körper hinein. Bedanke dich nochmal bei dir für diese Yoga-Praxis, dass du dir die Zeit genommen hast, für dich mit dir zu praktizieren. Du darfst gern die Augen öffnen und wieder voll im Hier und Jetzt ankommen. Genieße den Tag weiterhin. Und ich bedanke dich bei dir. Namaste. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.